ein wunderschönen willkommen zu einer weiteren folge von max paint 2 wir befinden uns ja auf dem weg zu einem informanten des geheimen bundes und ich glaube hier gibt es ein cleaner auf der linken seite wurde jedenfalls gesagt ja ist gut ist super super dass die muss gleich kommen naja das ist es ja gerade was man nicht sieht ist dass wir hier echt arbeiten das reicht was sie reinigen auch die anderen apartments okay dann machen die wohl richtig sauber ach du heilige kacke und wieder super bomben wetter der ist aber schon stark guck mal so ja wir brauchen gar keine ach wir müssen sogar hier lang das muss eigentlich gesagt werden lass mich raten wie kommen sonst gar nicht weiter toll toll die rettungstür die geht auch nicht und von dort sind wir gekommen genau dann sind wir einmal hier im kreis gelaufen und hier geht es jetzt durch okay da ist nichts drin dann müssen was war hier über den balkon und das ist sehr hoch sehr sehr hoch und das schiff ich sehe nichts warum schießt der doppelt hier aua wohnen sehe mich mal um so aber ne 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 ich hol mir erstmal hier wieder was und dann gehen wir nochmal rüber guck mal da hinten können wir auch lang theoretisch da müssen wir sogar lang guck mal da geht es nach oben die haben doch hier aufgeräumt hier ist nichts sehen sie oben nach aber es sieht cool aus ja also so eine buchte so eine schöne große loft ich gehe nach oben alles auseinandernehmen papiere fotos alles muss mit es muss sauber da gib mir den deckel oh ich glaube ich habe ein bisschen zu doll eingesteckt oder ähm ich gehe nochmal umgucken ich gehe nach oben alles auseinandernehmen papiere fotos alles muss mit es muss sauberer sein als jemals zuvor blog e wir werden nicht besser wir werden nicht besser Okay, ich gebe mir zweimal mal hier die Kugel. Also, ne, die Pille. Also, die Schmerzpille. Ähm... Wir sind zu spät. Er ist tot. Verschwinden Sie von dort. Wir müssen abhauen. Noch mehr Cleaner in der Lobby. Kommen in Ihre Richtung. Ich war nicht bereit zu gehen. Jedenfalls nicht ohne ein einziges Beweisstück. Auf dem Foto posierte eine Gruppe Männer vor einem Anwesen. Corcoran war da, Senator Gate und Alfred Wurden. Also war es die Wahrheit. Die Wetten waren gemacht. Der innere Kreis war mit von der Partie. Dann ne mit. Können wir nicht mitnehmen? Okay. Komm. Da. Ich wusste es doch. Ah! Ey, das ist doch... Los, dreh dich weg. Ach, nö. Ey, das ist doch nicht wahr. So, jetzt speichern wir hier mal. Okay, das können wir akzeptieren. Das können wir akzeptieren. Wir sehen. Streifschuss. Nur ein Streifschuss. Oh, meine, das hat Ihnen bald alle. Das Schlimme ist ja, ich schieße einmal und er doppelt Feuer. Ja, Feuer doppelt. Ja, er doppelt auch Feuer. Ähm... Okay. Oh, wir haben, wir haben, wir haben Nachschub. Wow. Super. War hier nicht gerade jemand? Ich hab schon echt Paranoia hier. Okay. Ich glaube, wir müssen hier diese Treppe runter. weiter. Wo kommt er denn da her? Jaja. Er hat getan... Oh. Ja. Ich hab eine drinnen. Zwei drinnen. Ja. Und... Ja. Oh, ich hab bloß noch zwei Schuss. Ach, ich Idiot. Dann nehmen wir die hier. Die ist doch nicht so schlagkräftig. Ich bin doch bloß... Ich... Ich... Da darf man sich nicht mal dran lehnen. So, ist hier unten noch irgendwas? Nee. Und... Nee. Und hier ist das Welcome. Okay, da kommen wir nicht durch. Weiter geht's. Wir nehmen die Tür. Ist das okay da oben? Irgendwas ist schief genug. Ich weiß es einfach. Wie ich gesagt habe, wir sind viel besser dran als die. Die waren bei einer Überwachung, als es passierte. Überwachung machen dich fertig total stumpf. Wenn du dann plötzlich bereit sind musst, bist du nicht. Wie dagegen steht total... Nee, das ist zu tief. Das ist definitiv... Kommt die jetzt hier hoch, oder? Wie komme ich jetzt hier weiter? Oh, das pisst ohne Ende. Man sieht ja fast gar nichts. Okay. Oh, nee, 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 nee. Ah, ich hab, ich hab... Okay, wir sollten eine andere Waffe nehmen. Und zwar... Wir sind dicht dran. Wir haben 130 Schuss. Boah. Boah. Na toll. Ähm. Okay, wir riskieren's einfach. Komm, hier müssen doch irgendwo noch Schmerztabletten sein. Ich brauche Schmerztabletten. Schmerztabletten. Oh, ich werde sowas von verlieren. Okay, hier sind Handtücher. Handtücher, Handtücher. Okay, Schmerztabletten. Okay, gutes Timing. Was wolltet ihr? Oh. Ah. Ah. Okay. So, der hatte Schmerztabletten. Die hau ich mir jetzt auch gleich wieder rein. Uiuiuiuiuiuiuiui. Man merkt, der Schwierigkeitsgrad, der zieht wirklich enorm an hier. Und wir spielen auf dem niedrigsten, wohl bemerkt. Also, es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie eine Auswahl hatten am Anfang, ne? Also, wir spielen hier wirklich auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Nun bin ich auch nicht der Pro-Gamer. Aber, ich denke mal, wenn man jetzt hier zum allerersten Mal durchkommt, da wird hier kaum einer so richtig eine Chance haben. Der wird mindestens ein, zweimal trotzdem nachladen müssen. Okay, wir müssen hier durch. Wir haben jetzt alles geprüft. Und wir müssen wahrscheinlich hier wieder runter. Aber vielleicht haben wir hier ja noch irgendwas. Da fällt einfach der Eimer, äh, der, der, der Eimer. Äh, ihr wisst schon. Äh, Tellerwolls und die, Teller, der Topf. Oh. Ah, Topf. Oh ja. Dankeschön, Spiel. Du weißt, was ich brauche. Klingt fast, als hätte die Schallplatte einen Sprung. Noch mehr Cleaner rechts hinter der Tür in der Lobby. Danke. Okay. Ja. Oh. Stimmt. Das hatten wir doch schon mal. Wo ich auch war, hörte ich ihre Stimme in meinem Kopf. Sie führte mich. Ich verfolgte mein Double zu einem noblen Nachtclub. Dem Pink Flamingo. Es war Happy Hour. Sie servierten Flamingo Cocktails. Ha. Der Flamingo und mein Double gehörten irgendwie zusammen. Eine Stripperin in der Bar sah aus wie mein Mädchen. Mirrors Männer hatten mich gefunden. Ich rannte. Halte sie. Da ist er. Halte sie. Du kannst nicht entkommen. Wir werden dich holen. Du kannst nicht entkommen. Mirra war ein einflussreicher Mann in New York. Seine Männer verfolgten mich. Sie trugen weiße Uniformen. Sie sahen so sauber aus. Sie verfolgten mich in schwarzen Vans mit dem Flamingo-Logo. Also, ich rannte. Das war wieder Adresse unbekannt. Hi. Du hast gefährliche Liebschaften angerufen. Nee, nee. Ich gehe mal weiter. Achtung. 3 zu 1. Okay. Der ist ja immer noch nicht weg. Oh. Wow. Jawoll. Ui, guck mal. Der Arm. Zum Glück war es nicht der Rechte. Mona, ich habe ein Fensterputzerlift gesehen. Ich fahre runter. Max. Ja. Ich weiß nicht. Ich wollte nur sagen... Ja. Verdammt. Hey. Nein. Mona. 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 Okay. Wir müssen runter. Aber best nicht fallen. Oh, da unten könnten wir aber langlaufen. Aber wir können auch den Lift nehmen. Was? 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 Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Oh. Boah. Boah. Das war Plan. Nichts hatte nach Plan funktioniert. Ich musste einen anderen Weg runter in die Lobby finden. Das war Plan. Guckt mal. Nicht umsonst wären so viele Schmerzmittel hier gewesen. Okay. Das ist mal eine coole Butze hier. Also das ist ja mal... Also... So Strafe. Kommt das Ding runter da? Hallo? Schmerzmittel. Ui. Wir sind der unsichtbare Mann. Guck mal. Schade. Ach so, das werden wir aus einem bestimmten... Guck mal hier. Ja, ja. Ist egal. Ach, schade. Drei, zwei, eins und meins. Da ist einer. Ja. Ah, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Eins und... Zwei. Drei. Und da hinten war die Nächsten. Au, 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 au. Au, 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 au Oh! Hehehehehe! Ui! So! Nein, nein, ähm... Nein! Wo, wo, wo? Ach! Ist das gemein! Ah, falsch! Na, 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 na! Ah! Ah! Ich komm nicht weg! ich habe keine ich habe keine und der auch noch jawohl, jawohl, jawohl ich bin sowas von tot ist das nicht euer Ernst komm, ihr lasst doch bestimmt hier irgendwo was liegen, oder? bitte ihr müsst hier was liegen lassen ich habe die ganzen meine ganzen Painkeller verballert nein ich werde so ich gehe sowas von tot ich oh bitte das kann ich nicht alles ihr müsst mir doch hier noch Schmerzmittel lassen ihr könnt mich doch hier nicht ohne Schmerzmittel lassen wie seid ihr denn drauf? ihr seid so gemein ihr seid so fies ihr seid so fies oh verdammt oh nee muss ich das ganze jetzt nochmal wiederholen? am besten dann mit weniger Schmerzen mit weniger Schaden oh Gott ich mache mal folgendes ich mache mal na so ich mache jetzt mal so ich versuche jetzt die F5 Taste nicht zu benutzen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ich probiere mal was aus ob wir danach was finden oder ich das nochmal machen muss also wir werden das sehen entweder stehe ich hier an der Stelle ungefähr an der Stelle dann mit mehr mit mehr Tabletten oder wir haben Tabletten gefunden also eins von beiden wir werden es sehen bis zur nächsten Folge euer Firefox wir werden es sehen bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge